Ich habe keine Ahnung. Also landen wir glaube ich immer mit den Kapseln, wenn wir wieder sterben, oder? So, okay. Ich packe mal die große Plattform nach hinten. Nein. Diese Forschungsstation muss auf die große Plattform. Genau, die Plattform mache ich hier gerade. Okay. Und wir haben eine große Plattform. Geil! Geil! Das ist echt verrückter Shit. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich brauche die mal da rechts auf der rechten Seite, da sieht es bestimmt schön aus. Nein. Klappt gut, klappt gut, Erik. Aber wir brauchen noch Strom vor dem Ding, ne? Strom. Das ist schon ganz cool mit dem Strom, ist irgendwie geil. Irgendwie lustig, ja. Oder wir brauchen hier, wir brauchen jede Seite einzeln Strom, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube es hieß doch auf die, musst du das nicht in die Mitte machen? Hat der Chat gerade gemeint? Okay. Ah, ja, ja, ich sehe schon. Alles klar. Willst du auspacken? Ne, mach du ruhig. Komm Tobi, pack du aus. Ah, okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Okay, cool. Warte mal jetzt, ich hole mal die Karte. Warte. Ja, ja, ja. Warte, warte. Großer Wendekreis. Alla, alla, alla. Zack. Cool. Und jetzt gib ihn. Ich untersuche mal mit Q. Unbekannt. Taste drücken und Forschung. Komm, ich starte mal Forschung, ja? Ja. Okay, okay. Guck, unser Sauerstoffkabel kommt jetzt von der Plattform hier. Ja, man soll auch irgendwie Verbindungen bauen, dass man irgendwie länger Sauerstoff hat oder so. Ja, ja, ja. Boah, diese Forschung, der ist schon, geht schon nach vorne, die Forschung. Das Fußballstadion ist einfach nur für das Starterpaket. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. Und zum Landen wahrscheinlich auch. Okay. Ich guck mal ganz los, was wir noch... Die Verbindungen... Schmelzer, Forschungskamera... Aber wir müssten ja erstmal Bytes sammeln. Was Organisches in meinen Generator packen. Okay, mach ich gerne. Haben wir noch was Organisches da? Hä, ich hab 70 Bytes gewonnen. Ja, ja! Ja, geil! Voll wenig. Enttäuschend. Naja, wir müssen den nur noch sammeln. Fast so enttäuschend wie das Auto. Ja. Erst dann ist es das Auto. Huch! Alter! Was? Nein, was machst du? Hilfe! Hm? Der ballert mir alles in den Bildschirm rein. Ähm... Untersuchen... Eigentlich Verbindungen waren ja auch gar nicht an dem Ding, ne? Verbindungen waren... Erforscht Verbindungen. Ja, nice! Geil. Zählt das für uns beide, wenn wir was untersuchen? Bestimmt, oder? Okay, cool. Wie kann ich die jetzt bauen? Guck mal kurz. Warte, Kanister. Ich schau auch gerade. Geländeanalysator. Ein Hämmer. Handelsplattform. Treibstoffkondensator. Hydrazin-Katalysator toben. Ja, easy. Oh, es fängt schon wieder an zu stürmen. Jo, warte. Leuchtfeuer. Schmelzer. Leuchtfeuer müssten wir auf jeden Fall machen, dann. Ähm. Was denn? Ähm. Ähm. Ciao! Vorkopf, Kran, Dynamit. Ah! Feuerwerk. Okay. Ich komm auch gleich. Großes Lager. Kleines... Oh, ein Lagerwerk glaub ich auch ganz gut, oder? Ach, das waren die Dinger. Ja, ja, die Lager waren gut, aber die kosten leider sehr viel. Oh, jetzt fliegt hier wieder so um. Oh nein, oh nein! Oh nein! Amazon! Nein! Amazon-Pakete! Oh nein! Au, ah! Oh, au, ah! Ah! Oh! Oh, ich komm mal rein, Tobi. Ist aber keine Prime-Bestellung gewesen, oder? Weil es ziemlich spät. Ne, ne, das war normal. Das war so ein Händler. Ein Händler. Hermes, ne? Hermes. Ja, deswegen fliegen doch nur vorbei. Ei, 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 ei. Oh, diese Amazon-Pakete. Oh, allein das Geräusch ist kalt. So sitzt jetzt ich mal oben. Ist viel wärmer auf einmal. Florian! Ich danke dir lieber Florian! Wie immer ganz, ganz lieben Dank, der Flo ist auch so ein alter Übertreiber. Ich danke dir! Und Juri-Chan! Dankeschön! Und Loxby! Und Lemak! Dankeschön! Dankeschön! So! Ah, ich komm wieder raus. Du brauchst ein Gemisch und im Rucksack müsste der Bauplan sein. Alles klar. Okay, warte. Wenn wir noch gemischt jetzt hier haben. Ah, ja doch. So. Ich komm hier noch nicht mit diesen Kategorien klar. Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Okay, Leuchtfeuer erforscht. Ah, lieber... Vielen, vielen Dank, Captain. Captain. Danke, Captain. Ah, cool. Oh, bei mir laden sich die Bytes gerade auf. Ist das wegen dem Generator? Nee, ich glaub das ist wegen diesem Ding, was wir hier reingesetzt haben, ne? Was er da erforscht. Da können bis zu 3000 Bytes drin sein, glaub ich. Achso! Achso, achso! Voll geil. So. La 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 la. Ah, hier, geschlossener Einsitzer. Alles klar. Freigeschaltet. Okay. Okay. Verbindung platzieren. Was macht man jetzt mit diesen Verbindungen? Ich weiß noch nicht genau... Hä? Verbindung platzieren? Ich weiß ehrlich, ich blick hier noch nicht so richtig durch. Also ich wähle das jetzt hier aus, aber das ist ja nur das Forschungsding hier, oder? Kleiner... Hier ist wieder kleiner Generator. Verbindungen. Gemisch. Haben wir noch Gemische irgendwo? Ja, hier drüben, ganz viel. Auf der anderen Seite. Ich gehe sehr langsam, weil ich ein sehr energischer Mann bin. So. Otti Fischer im Weltraum. Erstmal ne Stulle. Achso, und da setzt man die jetzt... Ah, okay. Ach, ja, ich erinnere mich, die Verbindungen... Ja, das waren die Verbindungen, mit denen man so Dings machen kann. Wo man dann, äh... Da kannst du ne Line machen und da kannst du dann langlaufen, sozusagen. Und die liefert immer Sauerstoff. Ach cool, ich mach das jetzt einfach mal weiter in die Richtung, wo ich hier gerade bin. Wo ich schon angefangen hab. Ja... Ich würde gern zur Höhle was machen. Wo ist die denn? Ich muss die nochmal finden, gerade. Ich mach mal gleich ein paar Verbindungen. Stimmt ja. Ich geh mal gucken, ob ich noch Gemisch finde, wa? Ja. Gemisch! Frisch auf den Tisch. Okay, und jetzt können wir Verbindungen mit Tee setzen. Alles klar. Okay. Ist ja voll geil. Ja, ist es auch. Das ist... Das Spiel ist generell sehr geil. Wenn man erstmal ein bisschen drin ist. Aber anfangen wir mal ein bisschen friemelig. Ah, jetzt ist auch noch Nacht. Wo hab ich denn diese Höhle gefunden? Ich geh erstmal so suchen. Tobi will ich sterbe. Bin ich tot. Bin das hier. Kannister mit Sauerstoff wär auch ne Idee. Okay, okay. Was es da alles gibt. Krass. Oh, hier ist noch ein bisschen Sauerstoff. Was ist denn das? Okay, hier bei den Dingen ist eine Höhle. Ach, das Gelbe ist Energie. Okay. Ach, jeder Punkt quasi da ist eine Verbindung. Okay, krass. Das ist gleich ein ganzes Set von Verbindungen. Ist geil, ne? Oh, ich dachte das wär... Ich dachte, ein Inventarplatz ist eine Verbindung. Oh, oh, oh. Ich werde sterben. Warum? Ich komm nicht wieder pünktlich nach Hause. Wenn ich renne, geht das Sauerstoff natürlich schneller zu Ende. Alter, das ist jetzt so verrückter. Was ist los? Mal stecken. Oh. Oh. Alter, immer so kurz last minute. Danke dir. Puh. Chiri, Stono und Seidelki und gefreiter Nudelsuppe. Oh, jetzt eine Nudelsuppe. Und Hazurachi und W. von Hohenzollern. Habe die Ehre. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und natürlich auch John Bob Murray. Auch dir, vielen Dank. Lieber John Bob. John Bob. Ähm. Huch. Okay, ich geh mal ein bisschen in diese Richtung. Hast du denn nicht gesetzt? Hm? Äh. Huch. Was, was haben die jetzt gemacht? Oh. Wo ist das da oben? Huch. Oh, ich hab gemöscht gefunden. Gemöscht. Ja. Heißt das nicht so örig? Au. Nein, Tobi. Tö. Töbi. Wer sich schon wieder über Sprachvieler lustig macht. Was denn, hä? Du hast doch gar nichts gesagt. Über Akzente. Du hast doch überhaupt nichts gesagt. Über Akzente. Aua, au nein, nein, nein. Nicht voll stinken, bitte. Ich geh da nicht hin. Mhm. Mich greifen schon wieder seltsame Pflanzenformen an. Ich habe das Gefühl, ich bin zu früh hier drin. Sind die böse? Unbekannt. Forschung. Uh. Aha. Ich bring was zum mal forschen. Geil. Wenn ich hier irgendwie wieder hochkomme. Ach, das ist Sauerstoff. Okay. So. Es ist ein grüner Knupperhut. Dann schauen wir mal. Geil. Das Ding ist ganz schön schwer. Ist das jetzt wohl ein Schieß? So. Ähm. Was? Ich glaube hier hinten. Was? Hier hinten könnte man noch Sauerstoff gebrauchen. Ob es jetzt lohnt sich glaube ich auch gar nicht. Ah, ich kann nicht springen. Ähhhhhhhhh. Weil das Forschungsding so schwer ist. Alter Gadis, was ist denn los? Hör doch auf. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich voll übersehen. Was macht der Tobi da wieder? Der ist so verrückt. Hör auf. Tobi, was machst du da hinten? Wo gehst du hin? Zum Berg? Ja, ich hab hier Rohstoffe gesammelt. Gemösch. Ah, cool. Gemösch. Cool. Ein prächtiges Gemöscht. So. Das Forschungsding, das braucht ja noch ein bisschen, ne? Offenbar. Kann ich unsere Sachen... Kann ich... Ah, das kann ich da schon mal drauf stellen. Cool. Tag Tobi. Moin. Grüß dich. Roman Reigns hat gerade. Oh cool, Roman Reigns. Danke. Mhm. Hast du gestern Wrestling geguckt, Erik? Nein, überhaupt nicht leider. What? Äh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Ne, sehe ich nicht. Oh geil, ich surfe wieder. Yeah. Delee dee 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 dee. daresede dee dee deee dee. red similarity deux dee 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 dee. Okay, jetzt reicht es aber. Hilfe! Hör auf! Okay Okay, tun die Dinge mir was? Wo, wo, wo bist du? Ich will zu dir. Folge einfach der anderen blauen Leitung. Die nach rechts quasi rüber geht? Genau. Hä? Oh, das ist die falsche. Oh. Scheiße. Harz. Hab grad Harz ausgeschissen, ich scheiße Sauerstoff aus. So. Hä? Was denn? Hier gibt's nur eine Leitung irgendwie und das ist die andere, die ich gesetzt hatte. Nein, 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 nein. Von der geht noch eine ab. Die endet an einer Höhle quasi. Und in der Höhle bin ich drin. Ach, du bist in der Höhle? Voll geil. Also die endet nicht, die geht da weiter rein quasi, durch die Erde. Ach so. Hier wahrscheinlich. Ach, das geht hier nach unten. Oh, krass. Was? Ja, Tobi, genau das. Oh, ich hab ein bisschen was abbekommen. Da fliegt Energie rum. Ach, das meinst du mit Surfen? Ja, das ist voll geil. Und temple 풀 espaço. Hä, hier liegen Penisse. Was? Ich hab Kopferehrz gefunden, geil. Erick? 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 Ja. Was denn? Nein, ich hoffe, du bist nicht ganz nach unten gegangen. Hier bist du. Hier bin ich doch! Grüß dich! Oh Energie! Energie. Ich sammle hier erstmal alles, weil.. Ich hoffe, wir können das spätere mit dem Auto zurücknehmen oder so. Was ist das hier? Was denn? Was ist das? Eine Pflanze. Hä? Sieht aus wie so ein schlechter Windows 98 Bildschirmschoner Oh, voll geil Yeah, Malachit Tobi Ich hab Malachit Ich glaube das ist gut Ja, noch Malachit Ja, gib mehr Ähm Ich bring das mal zurück Ich glaub wir brauchen irgendwelche Transportmittel Unbekannt Ja stimmt, wir hatten letztes Mal so ein Auto mit Sauerstofftanks und sowas Oder halt generell nicht nur Sauerstofftanks Sondern wir haben einfach alles mitgenommen Dann hatte ich irgendwie so ein Auto mit zwei Anhängern Und hab da einfach Sachen gesammelt und dann Mit dem Auto zurückzufinden, das war Hä, was ist das hier? Oh, jetzt auch für die Forschung Tobi Kannste mitnehmen Nee, kann man irgendwie nicht Oder muss man das komplett ausgraben Hier, jetzt kannst du mitnehmen Achso, okay Und dann kann man das in die Forschungsstation packen Oh, nehm ich mal mit Nusstastattoo Geiler Nickname Da ist die Nuss auch bei dir Cool, liebe Grüße Cool So Ich find den Nick cool Nusstastattoo Yeah Und noch ein Malachit Cool Energie Was braucht man denn für so ein Auto? Ist wahrscheinlich nicht, nicht billig, ne? Keine Ahnung Wieso sammeln wir jetzt überhaupt Wenn wir noch gar keine Baupläne haben? Erik, das ist, ist doch egal Ja gut, ja, ja Man soll die Sachen nicht hinterfragen Doch wir haben Spaß Das ist das Wichtigste Man, man muss sie einfach akzeptieren wie sie sind Hier gibt's wenigstens kein Ökonomiesystem Das komplett gleich, dass die ganze Welt tot ist, wenn man hier irgendwas macht So, ich lese gerade, unsere Base braucht mehr Energie zum Forschen Wir sollten vielleicht mal ein Windrad holen oder so Alter Oh Oh Hm? Aluminium Gerne mit Geil Oh, die kommen dann auch Oh, alles klar Okay, wir werden viel zum Forschen haben, Tobi Hast du hier so ein Loch gemacht? Nee, Quatsch, das war so Energie Also Kurze Frage an den Chat, falls ihr, falls ihr das inzwischen Also, ne, wir haben das ja, ich hab das ja vor einem Jahr zuletzt gespielt irgendwie Wenn ihr das irgendwie neuer, neuerdings gespielt habt Bringt es was, mehrere Forschungsstationen zu machen und parallel Forschung laufen zu lassen? Ich glaube fast ja Also ich glaube, aber Glauben heißt nicht Wissen, deswegen frage ich gerade nochmal Hast du ein Getränk, was sich an die Kindheit erinnert? Diese komischen Getränke in Plastikflaschen Meinst du die mit dem Nuppel, wo man abdrehen muss? Ja, genau, 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 genau Ja, Mann Die gab's beim Bäcker immer morgens Die waren voll cool Alles klar, bringt was, okay cool Die waren aber ungesund Hä, ist doch egal Ich hab, ich warte nur drauf gerade Achso Die sind nicht low carb So, die sind voll geil Also waren voll geil Ich weiß nicht, ob die heute noch schmecken würden Die waren einfach, die haben komplett nach Chemie geschmeckt Aber damals mochte man sowas Oh, Manachit Ja, sehr gut Bestimmt bringt uns das viel mit dem Manachit später noch Ich weiß aktuell noch nicht Die in die Erstmal schön so ne fette Baugrube hier ausheben Schöner Planet hier Ja Und diese Menschen, Tobi Diese Menschen Weil so ein bisschen vermisse ich dein Affenaussehen ja schon Mein Affenaussehen? Soll ich mal ein Bild von mir schicken oder was? Mach dich doch einfach mal zum Affen Ja, das ist ja nichts Neues Also auf Twitch generell regelmäßig Gibt's denn hier auch Mobs, die einen verprügeln? Ja, verprügeln nicht Ja, verprügeln nicht Also ich weiß nicht, ob es inzwischen welche gibt Früher gab's so Pflanzen Und die machen so Giftwolken Oder spucken nach dir oder sowas Und da musst du halt gucken Dass du im Abstand bleibst Und die von da aus irgendwie ausschaltest Mit deinem komischen Generator Meistens die Erde oder den Weggraben Dann verpuffen die einfach Ah, okay, okay, okay Aber so dass man jetzt nicht Irgendwie ne Waffe bauen muss oder so Muss man jetzt nicht Also wüsste ich zumindest nicht Okay, okay Ja gut, wir können ja auch nicht alles haben Ja Ja, so hier Ach nee, halt Ist ganz gut, dass wir die Sachen jetzt hier sammeln Ich weiß noch nicht genau, wie wir die zurückbringen Oh cool Ich sollte vielleicht generell auch mal Nachher ist hier einfach alles voll So, ja echt einfach so ein riesiger Müllberg Wir nehmen uns dann noch das Beste mit raus So, da kann man alles brauchen, Tobi Geil Sowas Gutes, sowas Gutes gibt's nie wieder Klar Hier alles mitnehmen, zack So Bisschen Energie Ja, Energie brauchen wir vor allen Dingen auch Für dieses Ding zum Abbauen immer Well Flup So So Doch, doch Energie und Sauerstoff werden wir noch brauchen Alter Was denn? Was ist das denn für eine riesige Höhle hier? Die sind, die sind sehr sehr riesig Also die sind alle sehr sehr riesig Boah Was ist das? Ah, ah, ja, 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 ich erinnere mich Alter Warst du hier vorne schon? Weiß ich noch nicht Ich weiß nicht, wo du gerade bist Ich bin da gelang gelaufen, wo du gerade warst So und jetzt nicht mehr hingacken bist Ach so Voll krass Achso, ja dann, dann guck ich da gleich nochmal Ich hab grad noch was zum Forschen Nehm ich mal mit Oh der Schatten Das sieht so aus, als ob man hier gleich gegen den fettesten Bossfight ever machen muss. Komm mal rum. Ich glaube, ich sehe dich da hinten. Energie wird auch mit Leitung geliefert, das ist richtig, aber trotzdem brauchen wir noch Energie für die Base. The Base, strip the Base. Tobi? Ja? Guck mal hinter dir gerade, ne? Ja. Diese grüne Pflanze, guck mal. Und dann hat die meistens, wenn die Giftwolke vorbei ist, hat die meistens unten auch gleich was zum erforschen drin, das ist ganz cool. Ah, okay, okay. Da, zack, da ist was zum erforschen. Hihi. Aus wie Kacke. Guck mal, ich habe so ein komisches Ding hier gefunden. Siehst du das, Erik? Ja. Hä? Guck dir das mal an, siehst du das? Ja, was macht denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch so für die Base, so Verbindungsstation, für Strom. Ach, das ist irgendwie eine Plattform oder sowas. Draußen ist dieser Sturm, glaube ich. Oh. Oder? Weil es hier drin so grün wird gerade. Du 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 du. Ne Raucherlunge, Alter. Hihi. Oh. Du 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 du. Wir sollten vielleicht mal langsam wieder zurück und ein bisschen weiter bauen an der Base, ne? Ich meine, ich könnte hier unten noch tausend Jahre verbringen, so ist es nicht. Ja. Das wäre, äh, gar nicht mal so ungeil. Aber mit Verbindungen ist schon cooler auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja, sonst würden wir gar nicht so weit kommen. Ja. So. Ich nehme ja gerade noch zwei, drei Rohstoffe mit. Oh ja, das wollte ich vielleicht auch mal machen. Ich habe ja noch Platz. Kann ich das noch mal? Ach, einmal Kuh, ne? Und dann reinziehen einfach. Genau, genau. Ich glaube, du kannst aber auch ohne Kuh einfach auf deinen Rucksack packen, oder? Ja, das geht auch. Kannst du einfach auch so machen, so zack. Okay, Sauerstoff brauchen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt, oder? Erstmal. Mh, ich glaube nicht. So, ich gehe schon mal zurück. Ja. Und dann lass mal irgendwie versuchen, ähm, ob wir nicht irgendwie ein Fahrzeug bauen können. Dann können wir nämlich die ganzen Sachen viel besser abtransportieren. Und hier Vorsicht, wenn du zurück gehst, hier links ist so eine Höhle, da geht es nochmal runter, da nicht reinfallen. Da sind nämlich Viecher, die spucken sofort mit Gift, wenn du da reinfallen. Oh. Ungeil. Ah, rennen kann man auch. Okay. Jetzt komme ich an das Ding nicht mehr ran. So. Und noch was, wenn du so ein Forschungsding transportierst, kannst du nicht springen. Oh, was ist das denn? Will ich auch mitnehmen. Die. La 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 la. Die, 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 die. Eine Schubdüse ist das, alles klar. Ja. Oh, wie der mal fett am Forschen ist. Okay. Dann lass mal gucken. Wir haben 5300 Bytes. Nice. Forschungskamera ist ja eh freigeschaltet. Kanister schalte ich mal frei. Ähm. To the rhythm of the bikes. Extraktor. Geländeanalysator. Handelsplattform. Treibstoffkondensator brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Schmelzer wäre, glaube ich, sinnvoll, oder? Aber Hammer. Marcel Schmelzer? Hä, wer ist das? Ja, ist ein Fußballer. Achso, ja, easy, ja, klar. Ja, ja, der Marzel. Mittelgroßer Drucker, Fahrzeugbucht. Ich glaube, Fahrzeugbucht hört sich gut an. Ich würde aber gerne noch was mit Solar machen, irgendwie. Irgendwas, was uns Energie erstellt. Kleiner Generator. Kleines Solarmodul, kleine Windturbine. Oh cool, ein Solarmodul. Oh cool, ein Solarmodul. Ich gebe gerade unsere Bites aus. Verlängerung. Oh, Sauerstofftank wäre auch noch ganz gut gewesen eigentlich.